Ich bin Sie bereit, 125.000 Euro zu zahlen? Nein, nein, nein. Komm, nicht in Frage. Ach, komm, Lucia. Guck mal, dein Nein, 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 war nicht so definitiv. Nein, 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 nein. Ich kenne höchstens 139, so das Limit. 132.000 Euro und das war's? Nein. Doch. 136, du bist ein Besitzer. Komm, wir machen noch ein Tausend entgegen, wir machen glatt 135 und das war's. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Wir sind auch nicht hier in Venezia. Schank und Zucker. 135 und das war's. Luciano. Luciano. Ich muss da rechnen, Moment. Okay. Super. Danke dir.